Moin Kinder, schön dass ihr wieder zurück seid zu einem neuen Video von mir. Ich bin's Lara, wer es noch nicht wusste und neu auf meinen Kanal gestoßen ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, falls dich Fashion interessiert. Dann jetzt auf jeden Fall machen. Wir machen heute ein paar Looks zu einer Marlene-Hose. Ja, das ist ganz neu, auch selbst für mich ganz neu, falls es für euch auch neu ist. Denn ich habe heute ein paar Looks mit einer Marlene-Hose umgesetzt und ich fand die Styles wirklich mega, mega cool. Also jeder, der auch so wie ich, so auf cool, casual und trendy, schick steht, auf dem ist hier auf diesem Kanal Verlass, kann ich euch sagen. Ja, diese Looks werden auf jeden Fall in dieser Kategorie fallen. Also wirklich, ich liebe diese Styles. Also ich habe mich richtig wohl darin gefühlt, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall die Looks an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. 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 Tschüssi. 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 Tschüssi.